Hallo zusammen, die NATO ist nicht in der Lage, jeden Meter ihrer kritischen Infrastruktur dauerhaft zu schützen. Dies erklärte der Generalsekretär der Allianz, Jens Stoltenberg. Ihm zufolge sind die Organisation und ihre Mitglieder deshalb auf Intelligenz angewiesen. Stoltenberg wies auch darauf hin, dass die NATO plant, mehr Übungen durchzuführen. Stoltenberg hat die Wahrheit gesagt, egal wie man ihm einen Verweis gibt. Darüber hinaus forderte der Chef der französischen Partei den Austritt von Paris aus der NATO. Die westliche Einheit bricht zusammen. Zuvor hatte der norwegische Premierminister Jonas Garstere gesagt, Norwegen habe die NATO gebeten, die Sicherheit ihrer Gasplattformen in der Nordsee zu gewährleisten. Außerdem hat sich der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz mit der gleichen Bitte an das Bündnis gewandt. Es wird angenommen, dass die Frage der Sicherheit im Zusammenhang mit Explosionen in den Nordströmen aufgeworfen wurde. Seltsam ist der Scholz, erbittet um Schutz bei denjenigen, die die Nordströme in die Luft gesprengt haben. Diese Erklärung wurde bei einem Treffen mit der Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und dem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg abgegeben. Freunde, der Kanal braucht eine Aufmerksamkeit, finanzielle Unterstützung wird uns sehr helfen. Details in der Beschreibung, setzen Sie Likes und abonnieren Sie den Kanal. Tschüss für alle!